Die Sieben Schwaben Ein Märchen der Gebrüder Grimm Es waren einmal sieben Schwaben beisammen. Der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jagli, der dritte der Marli, der vierte der Jagli, der fünfte der Michal, der sechste der Hans und der siebente der Veitli. Die hatten alle siebene sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand und sicher gingen, sahen sie es für gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß faßten sie alle siebene zusammen an. Vorne ging der kühnste und männlichste, und das mußte der Herr Schulz sein. Und dann folgten die anderen nach der Reihe, und der Veitli war der letzte. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mußten, daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Roßkäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, daß er fast den Spieß hätte fallen lassen, und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. »Horscht, Horscht!« rief er seinen Gesellen zu. »Gott, ich höre Trommel!« Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht was für ein Geruch in die Nase kam, sprach, »Etwas ist ohne Zweifel vorhande, hat denn ich schmeckt das Pulver und der Zinstrick.« Bei diesen Worten hub der Herr Schulz an, die Flucht zu ergreifen und sprang im Hui über einen Zaun. Weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechens sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. »Hau weh, hau weh!« schrie der Herr Schulz. »Nimm mich, Fange! Ihr gib mi! Ihr gib mi!« Die anderen sechs hüpften auch alle einer über den anderen herzu und schrien, »Gibst du die, so gabi mi au! Gibst du die, so gabi mi au!« Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortführen konnte, merkten sie, dass sie betrogen waren, und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genarrt und gespottet würden, verschworen sie sich untereinander, so lang davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul auftäte. Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun, das wenigst Gefährliche wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie, »Wir müssen einen großer und gefährlicher Kampf bestehe. Frisch quaktisch halb gewonnen.« faßten alle Siebende den Spieß an, der Herr Schulz vorn und Feitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Feitli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief, »Stauß zu, in aller Schwabennahme, so schwinnst sie, dass ihr möchtet haben.« Aber der Hans wußte ihn zu treffen und sprach, »Beim Element, du hast gut schwätze, bist stets der Letzt beim Drache-Helze.« Der Michael rief, »Es wird nicht fehlen, um ein Haar, so ist es wohl der Teufel gar.« Darauf kam der Jägli an die Reihe, der sprach, »Ischer es nicht, so ist es sein Mutter oder des Teufels Stiefbruder.« Der Mali hatte einen guten Gedanken und sagte zum Feitli, »Gang, Feitli, gang, gang, du voran, ich will dahinter vor dir stehen.« Der Feitli aber hörte nicht auf und der Jägli sagte, »Der Schulz, der muß der Erste sei, denn ihm gebührt die Err allein.« Dann nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch, »So ziehe denn herzhaft in den Streit, hieran erkennt mir die tapfre Leid.« Da gingen sie insgesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber das alles nicht helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst, »Hau, hule, hau, 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 hau!« Davon erwachte der Haas, erschrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voll Freude, »Potz, Feitli, luk, luk, was ist das? Das Ungeheuer ist ein Haas!« Der Schwabenbund suchte aber weitere Abenteuer und kam an die Mosel, ein mosiges, stilles und tiefes Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muß in Schiffen überfahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verschwand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte auf sein Trierisch, »Wat? Wat?« Da meinte der Herr Schulz, er spreche nicht anders als, »Warte, warte durchs Wasser!« und hub an, weil er der vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versank er in den Schlamm und in die antreibenden tiefen Wellen. Seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer, und ein Frosch setzte sich dabei und quakte, »Wat? Wat? Wat?« Die sechs anderen hörten das drüben und sprachen, »Unser Xell, der Herr Schulz, ruft uns, kann er hinüberwarte, warum wir Redau?« sprangen darum eilig alle zusammen in das Wasser und ertranken, als so, daß ein Frosch ihre Sechse ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Hause kam. »üzik« »M surprises« Untertitelung des ZDF, 2020